Moin, was geht, Exo hier. Heute reden wir mal über ein paar Leaks, die in den letzten Tagen ans Tagessicht gekommen sind. Da hätten wir als erstes Thema, dass das Hauptquartier wieder Einklang in Call of Duty finden wird, aber wahrscheinlich nicht so wie man denkt. Als zweites Thema reden wir einmal über den Early Access von der Kampagne, nämlich werden Playstation-Spiele exklusiven Vortritt haben bei der Kampagne, ja. Aber starten wir doch erstmal mit dem ersten Thema. Letzte Woche kam Season 4 Reloaded raus und das hatte zufolge, dass MW wirklich massiv darunter gelitten hat. Da dieses Spiel, beziehungsweise Warzone und MW über den gleichen Client laufen, über die gleiche App, das ist das ganz große Problem, welches man in der Vergangenheit schon öfters angesprochen hat. Jetzt war es aber so, dass das Warzone-Update so einen Eingriff in MW hatte, was ja eigentlich nicht sein darf, weil sie nur Warzone gepatcht haben, dass Ground War komplett entfernt wurde. Nachdem etliche Spieler rumgeheult haben, dass sie halt massive FPS-Drops haben, Connection-Probleme, Bugs, Glitches und Hasse nicht gesehen. Das ist erstmal ein ganz großer Fehltritt, den Warzone 2 auf jeden Fall besser machen muss, beziehungsweise Warzone 2, MB2 und das eigene DMZ spielt. Diese Spiele sollten bitte in Zukunft über einzelne Applikationen laufen und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema, zum Hauptquartier. Ja, das Hauptquartier ist nämlich essentiell für dieses Thema, deswegen habe ich einmal kurz einen kleinen Schwenker gemacht nach Season 4 Reloaded, denn das Hauptquartier soll eine Art Hub sein. Ein Call of Duty Hub, wie, äh, ich erkläre euch das mal für euch Konsolenspieler auf dem PC. Wenn man PC-Spieler ist, dann gibt es verschiedene Launcher. Da hast du einmal Battle.net für Battle.net-Spiele, sprich Diablo, Warcraft, Call of Duty, hast du nicht gesehen. Dann gibt es noch Rockstar Games für GTA und RDR 2 und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall hat mittlerweile jeder eigene Publisher seinen eigenen Launcher. Und so soll das auch zukünftig mit Call of Duty werden. Das heißt, man könnte sich das so vorstellen, dass das Hauptquartier mehr ein Call of Duty Hub wird. Das heißt, du startest eine App, sag ich mal, auf der Konsole oder auch auf dem PC. Das fungiert dann als Launcher und dann kannst du auswählen, welches Call of Duty du gerne spielen möchtest. Da werden wahrscheinlich alle Call of Duties drin vertreten sein, die es bis dato gibt. Also ab Modern, nee, Black Ops 4 war das erste Battle.net-Launcher. Ich denke mal so, ab der Periode läuft das dann oder sie machen es auch vielleicht anders. Ist ja auch erstmal egal. Auf jeden Fall werden da alle Call of Duty-Spiele, die dementsprechend wichtig sind, dort drin sein. Und wenn man diesen Launcher dann startet, dann hat man, wie gesagt, die Auswahl. Ey, ich möchte lieber MB-19 spielen oder lieber MB-2 oder Vanguard. Weil jetzt ist es ja so, du startest das Spiel und hast schon so eine Art Mini-Hauptquartier, kann man sagen. Du startest das Spiel, dann hast du die Auswahl zwischen Vanguard, Modern Warfare, Cold War oder kannst auch das neue MB-2 vorbestellen. Das nervt extrem, dieses Mini. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie diesen Launcher, diesen Hauptquartier, wie man ihn jetzt auch immer nennen möchte, vielleicht auch den Hub, dass sie dieses ins Spiel einfügen. Du hast einen Launcher, dann startest du den ohne viel Hackmack und dann kannst du auswählen und nicht erst ein Spiel starten. Und dann fragt er dich nochmal, weil ich meine, ich bin doch nicht blöd. Ich kann doch auswählen, welche Spiele ich spielen will und wenn ich auf Warzone klicke, dann soll er mir doch nicht nochmal anzeigen, dass ich Vanguard spielen kann oder Cold War, wenn ich genau schon vorher die Auswahl treffe. Ey, ich will jetzt Warzone spielen. Das nimmt doch unnötig Ladezeiten weg. Bis dahin könnte der sich doch schon längst connecten zum Online-Profil oder sonstiges. Aber kommen wir auf jeden Fall mal zurück. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Modern Warfare 2 ein eigenständiges Spiel ist und Warzone 2 auch und DMZ auch ein eigenständiges Spiel wird, dass die nicht mehr zusammenhängen, dass man keine Bugs, Glitches oder sonstiges mehr hat. Weil es ist ja wirklich, ich sag mal, absolut altbacken, was sie da damals gemacht haben. Ich meine, gut, sie hatten es auch nicht vor, dass Warzone so groß aufgezogen wird mit zwei Spiele, die dann auch reinkommen und hast du nicht gesehen. Aber ich denke, das würde auf jeden Fall sehr, sehr viel wegnehmen, was ziemlich viel Performance frisst. Und allgemein, das Patchen und hast du nicht gesehen, den Entwicklern, das würde denen wirklich helfen, wenn man ehrlich ist und uns vor allen Dingen auch. Ich meine, wenn ich Warzone installieren will, dann installiert er trotzdem MB 2019 mit. Das ist doch Unfug. Macht aus Warzone 2 ein eigenständiges Spiel mit einer eigenen Engine, wo alles, was da reinkommt, nur für Warzone konzipiert ist. Weil so kann man sich das Ganze nicht mehr zerballern. Weil wenn wir uns das Ganze jetzt mal so anschauen, sagen wir einfach mal, MB 2 kommt raus. Und das ist ja dann das Aktuelle. Das heißt, wenn Warzone 2 auch darauf läuft und sagen wir mal, Modern Warfare 2 kriegt ein Update, dann kann das auch sein, dass Sachen in Warzone 2 verpackt sind. Und deswegen müssen wir das auf jeden Fall ändern. Und ich bin auch wirklich positiv gestimmt, dass sie da endlich dran anknüpfen werden und das ändern werden. Reden wir mal über das zweite Thema, nämlich werden Playstation-Nutzer vor Abzugang zur Kampagne haben von MB 2. Ich persönlich, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin absolut kein Freund von Exklusivität. Ich meine, ich habe hier selber eine Playstation stehen. Ich weiß selber, wie es ist, wenn man als, ich sage mal, früher war es so, da hatte ein Xbox-Spieler diese ganzen Vorteile und jetzt haben sie eine Playstation. Also ich sage euch ganz ehrlich, diese Playstation-Exklusive oder was weiß ich, das ist einfach nur Unfug. Ich meine, was hat das denn noch für einen Sinn? Du kaufst ein Spiel für 60 Euro, aber mein Kollege, der hat eine Playstation, der kauft das Spiel auch für 60 Euro, kann dann aber schon früher spielen. Woher kommt sowas? Auch diese ganzen Abo-Geschichten von EA Play. Ey, wenn du EA Play machst, dann kannst du sieben Tage vorher spielen. Lass die Scheiße doch einfach weg. Ich meine, vor allem bei einem Crossplay-Spiel, lass es doch einfach sein. Und man kann sich darüber jetzt so künstlich aufregen, wie ich sage ich mal, und sich da reinsteigern und wieder Hass schüren. Aber seht das auch mal so, wenn das jetzt der Fall ist, dass Playstation-Spieler vorher die Story haben, dann könnt ihr die nächsten Wochen, je nachdem, wann die rauskommt, laut dem Leak ist es früher, als man denkt, was machen wir dann? Sollen wir dann Social Media meiden, wegen diesen Scheiß-Spoilern, die da überall rumschwirren, oder du gehst auf YouTube, willst einfach nur vielleicht mal irgendeinen Multiplayer-Leak sehen, und dann siehst du auf einmal das Ende von MW2 gespoilert? Das ist doch auch absolut Scheiß, oder was meint ihr dazu? Es gab schon mal einen Vorabzugang für Playstation-Spieler, das war nämlich bei Modern Warfare Remastered, also das allererste MW, das COD4, wurde ja auch mal Remastered, zeitgleich wo Infinite Warfare rauskam, das war ja sowieso ein Schmutzspiel, also MWR war ein gutes Spiel, versteht mich nicht falsch, aber da war das so, dass die Spieler das Spiel schon kannten, und da wusste man ja schon, wie die Story drauf hinausläuft, das war halt nur eine polierte Grafik, so wie bei Modern Warfare 2 Remastered, habe ich übrigens Let's Played, schaut es euch an. Ich finde heutzutage sollten die Spieleentwickler, die Publisher, diese ganzen Vorabzugänge für irgendeine Konsole oder sonstiges einfach weglassen, ich finde das ist absolut nicht mehr zeitgemäß, dass egal, auch exklusive Titel wie Horizon, welches nicht für die Xbox rauskommt, also ich meine jetzt Horizon Zero Dawn, nicht Forza Horizon, ja, ziemlich ähnliche Spiele mit ziemlich ähnlichen Problemen, ich finde sowas absolut nicht mehr zeitgemäß, wo man schon in der Generation Crossplay ist, sage ich mal, dass man wirklich mit allen Spielern alles spielen kann, und dann ist es doch einfach nur blöd. Oder kauft ihr euch vielleicht eine Konsole, steigt ihr vielleicht von Xbox auf Playstation um, weil ihr dadurch ein, zwei Monate die komplette Story vorher spielen könnt, oder vielleicht noch eine Mission, das weiß man ja auch nicht, ob es sich dabei um die komplette Story handelt, oder nur eine einzelne Intro-Mission, oder eine Mission während der Kampagne, wo man nicht gespoilert wird, das weiß man ja alles noch nicht. Also ja, wie gesagt, ich bin da absolut kein Freund von, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare, also egal ob Skins oder Sonstiges sind, Exklusivität ist einfach nur das Schwachsinn, nicht in der heutigen Crossplay-Generation, so sage ich das mal, und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao! Outro 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 Outro